Hallo! Heute machen wir das Thema Jive. Wir haben uns eine schöne kleine Jive-Kombination für euch überlegt, damit ihr zu Hause auch diese Jive-Kombination auch selbst auf kleinsten Raum, sprich in der Küche oder so, üben könnt. Wir zeigen euch gerade mal die Kombination, die bestand aus einem Grundschritt. Wir gehen mal bewusst in diese Position, weil wir gleich in eure Richtung tanzen. Wir haben einen Rückplatz, einen Wechselschritt und drehen dann auf, sodass wir am Rücken rauskommen. Das heißt, wir haben Rückplatz, Wechseldreh und Wechselschritt. Hallo! So, jetzt haben wir einen Rückplatz, aber nicht Rückplatz, sondern Vorplatz in die Richtung. Wir haben eins, zwei, Wechselschritt und Wechselschritt wieder zurück. Am Ende stehen wir nur nicht gegenüber, sondern sind leicht geöffnet, als wenn wir eine Promenade tanzen wollen würden. Weil jetzt haben wir nochmal einen Rückplatz, einen Kick drauf, Kick drauf, Kick drauf, Kick drauf. Dann ist die Figur fertig. Wir zeigen sie euch noch einmal andersrum. Wir haben Rückplatz, Wechseldrehen, Wechselschritt. Eins, zwei, Wechselschritt, Wechselschritt, Rückplatz, Kick drauf, Kick drauf, Kick drauf, Rückplatz. Genau, das war die schöne kleine Dive-Folge. Wer wünscht euch ganz viel Spaß beim Üben, falls ihr Fragen habt, meldet euch einfach bei uns. Und mit Sicherheit gibt es auch unten wieder einen Musikwunsch-Titel. Und mit Sicherheit gibt es auch unten wieder einen Musikwunsch-Titel.